Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Ranked Gameplay. Wir spielen wieder gegen Sion Toplane, das heißt das Game ist verloren und damit steige ich heute auf Silber ab. Aber ganz ehrlich, who cares? Wenn es so weiter geht, werde ich wahrscheinlich sowieso aufhören, weil es macht wirklich absolut keinen Spaß mehr. Es ist jedes Game passiert genau das gleiche und es ist einfach so furchtbar. Es ist wirklich, es ist mit Spaß, hat das mit nichts mehr zu tun. Und ja, weil ich jetzt so viel Zeit investiert habe in diesen Rang, also auf Gold aufzusteigen und so. Ich habe immer noch eine 60% Win Rate, das muss man sich mal reinziehen. Von meinen letzten 14 Games habe ich 11 verloren, ne 15. Von meinen letzten 15 Games habe ich 12 verloren und habe trotzdem noch eine 60% Win Rate. Das ist einfach so absurd. Und ich komme mit, und ich glaube, es ist wirklich so, du kommst deswegen in Teams, wo die Leute einfach komplett aufgegeben haben. Die wollen, die spielen nur noch, um andere Leute zu trollen, so wie der Affilius beim letzten Mal. Die, die, die wollen gar nicht gewinnen. Die schreiben sofort, sobald sie einmal sterben, schreiben sie sofort FF15, Game Over, bla bla bla. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts dagegen tun. Man kann eins spielen, nur mal nicht alleine gewinnen, das geht nicht. Und genau das gleiche Game habe ich letzt, legit erst vor ein paar Stunden gespielt, Alter. Jhin, er ist Set Jungle, Sion Toplane, Jhin Botlane ist sowieso in jedem Game. Einfach nur insane. Ja, Timo Doppelkill Toplane, vollkommen irrelevant. Late Game ist Lost gegen Sion, du kannst Late Game Sion nicht besiegen. Der Typ ist literally unsterblich. 5v1 killt der 2 Leute. So stark ist dieser Champion einfach. Ich bin schon kurz davor, meinen Permaban auf Sion zu ändern. Also momentan banne ich immer noch Viego. Der Champion existiert nicht, wenn ich spiele. Und ja. Ich stehe kurz davor, ihn auf Ding zu ändern. Sion. Wow. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. That's more. Ich habe es verdient, selber zu sein. Ich weiß, ich spiele ultra schlecht in letzter Zeit. Aber was ich nicht verdient habe, ist mit solchen Leuten zusammen zu spielen. Also jetzt nicht in den Teams-Spielen, aber die im letzten Spiel oder in den letzten Spielen. Das hat niemand verdient, Alter. Solche Leute sollten halt einfach Gepermaband werden. Wird halt aber niemals passieren, weil dann würden sie nämlich 99 Prozent ihrer Community verlieren. Und dann würde das Spiel wahrscheinlich den Bach untergehen. Deswegen können sie das leider nicht machen. Jo. GG. Der Typ hat mich out-jungled des Todes. Der macht gerade meine unteren Camps wahrscheinlich. Das ist, äh, puh. Das ist pretty much game over für mich. Ich bin raus für die nächsten 10 Minuten. Ich bin offiziell behind. Und zwar Geistescamp behind. Geistescamp behind. Wir sind beide tot. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich schon gesagt, dass der Double Kill von Timo vollkommen irrelevant ist? Schaut mal Top Lane. Vielen Dank. Ich stehe halt hinter ihm. GG. 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 Silber. Back to the Roots, weil ich ein Bronze angefangen habe tatsächlich. Das muss man mal schaffen mit einer 60 Prozent Winrate, die ich immer noch knapp habe, weil mittlerweile ist nur noch 58 Prozent aber gerundet. Einfach auf Silber absteigen. Zwei Divisionen. Das muss man erst mal schaffen, glaube ich. That's the world's first, probably. Okay. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dass unsere Teammates daneben stehen und wir mal nichts tun. Das war jetzt sehr hilfreich in der Situation. Na, aber nein, sie sterben. Passt. Dann nehme ich das alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Alles gut. Don't mind me. 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 Ich bin tot. Und Friedrich für die Gegner natürlich. Ich bin tot. 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 Das war's für heute. da lost die gegner am seien game over leider doesn't matter what i'm doing it's over you Vielen Dank. Vielen Dank. Sie ist tot. Run, go. Run. 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 cooler champion cooler champion auf jeden fall sehr cooler champion sehr cooler champion auf jeden fall cooler champion muss ich schon sagen es ist echt ein cooler champion auf jeden fall er ist tot ich flasche und er läuft mir einfach hinterher und tötet mich ohne irgendwie ein item einzusetzen oder so cooler champion sowas sowas nenne ich einen coolen champion wie nennt ihr sowas? nennt ihr sowas auch einen coolen champion oder wie heißt das bei euch? weiß nicht ja 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 naja sion zerstand der unsere ansebase casualy nebenbei läuft bei ihm Vielen Dank. Der Typ beendet einfach mal das Game nebenbei. Nein, dann müssen wir es nicht machen. Dann müssen wir es nicht machen. Na, der hat es wieder gebackported. Das geht so nicht. Wow. 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 Nice. Die können ihn halt nicht töten, ne? Vier gegen zwei, die können ihn nicht töten. Das Game ist vorbei. Die haben Sion, Mann. Du kannst gegen Sion nicht gewinnen. Der Champion ist unsterblich. Der gewinnt ein Vier gegen eins. Der gewinnt ein Vier gegen eins. Der Champion ist unsterblich. Und er geht sogar full Damage. Er ist trotzdem unsterblich. Lull. Silber, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home to you, my girl. Silber. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. All right. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 läuft gut, läuft gut Der lebt einfach immer noch Er lebt einfach immer noch Ja, wohin Ne, mit dem Champion ist alles in Ordnung Der passt so Also Ne, der Champion passt Hey, Sion, der passt so Hat jedes Game 17 Kills, 8000 Leben, 46.000 Schaden Aber, nein, mit dem Champion ist alles in Ordnung Alles cool Kein Problem Ist nicht Auto-Win Nein, nein, Sion ist nicht Auto-Win Ne Oh, Moment Doch, Sion ist Auto-Win Du musst nur Sion picken, dann gewinnst du Komisch Hm Sollte man da vielleicht mal was machen? Ne, ist balanced Passt so Alles gut Ist ein guter Champion Sehr ausgedrückt Alles gut Alles gut Alles gut Passt Passt Alles gut Alles gut Alles gut Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe , ich habe Sch 수 Beside Ich habe Ich habe Leist Meine Das war's für heute. 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 Hätte ich auch mal gern gehabt in den letzten 15 Games. Wäre schon cool gewesen, mal ein Spiel zu gewinnen. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, I'm dead, bro. Mein Team läuft einfach weg, lol. Nice. Sie sind einfach weggelaufen, lol. Was ist das für asoziale Arschlöcher, ey. GG. Ja, und jetzt gehst du rein, oder was? What? What the fuck? Wow. Wow. Oh, wenn Sion kommt, macht er auch ein Triple-Kill-Baby. This guy is unbeatable. Undefeatable. Undefeatable. Ich erfinde jetzt einfach Wörter, weil der Typ einfach so stark ist. Und sie sind beide tot. Hello, Mayo. Ich muss da jetzt auch hingehen. Ach, gar kein Bock. Ach, die haben einen Scheiß. Okay. Okay. gut gemacht, Lolo. Bruh. Bruh. Okay. Okay. Silber-Baby. I'm Silber-Baby. I'm Silber-Baby. I'm Silber-Baby. Wir hatten nie ne Chance, dass Game war vorbei als der Typ Sion gepickt hat. Man kann nicht gegen Sion gewinnen. Man kann nicht gegen den Typen gewinnen. Das geht nicht. Das ist wirklich crazy. Wow, was wirklich crazy ist, wie schlecht die Gegner sind. Die finischen das Game nicht. OMG sind die schlecht, Alter. Und wir müssen noch weiter spielen, Alter. Alter. Alter, wie schlecht sind die Gegner. Willst du mich verarschen? Sie finisht das Game nicht. Are you freaking kidding me? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal 5 Minuten länger reinziehen, Alter. Wir haben keine Chance. Wir können das Spiel nicht gewinnen. Selbst wenn Sion jetzt AFK geht, verlieren wir. Du kannst das Game nicht gewinnen. Das geht nicht. Das geht nicht. Die überrennen uns jetzt einfach mit Super Minions. Mit Baron Buff. Sion 7800 HP. Ich muss halt gar nicht farmen. Ich klaue ihm einfach das Gold. Egal wer von uns stirbt, er ist dafür verantwortlich, dass wir verlieren. Also er ist der Anfang vom Ende. Der nächste der stirbt. Und da geht's nicht. Und das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Was zum Teufel hat der Typ da gemacht, Alter? Ist der Stock besoffen, oder was? Timo ist tot. Drei Open-Inips. Und Game Over. Hey, Lulu ist schon wieder dafür verantwortlich. Let's go. Oh shit. Yo. Und Silver, baby. Let's freaking go. Let's go, baby. Demoted. Demoted to Silver 1, baby. Let's go. Nice zu. Hast sehr gut gespielt, Timo. Toll hast du das gemacht. Gegen Sion. Oh, ich bin immer noch gold. Noch eins verlieren. Let's go. Let's go. Oh, ich bin immer noch gold. Tschüss.